So, unsere nächste Maschine ist von Einhell, das ist die Maschine TEOS 2520E. Sie hat einen schönen großen Schleifteller, einmal die Möglichkeit, Klett-Schleifpapier aufzubringen und zum anderen aber auch zum Klemmen. Umschlagen, ein bisschen ziehen, dass wir Spannung drauf kriegen. So, das ist einfacher gestaltet, aber erfüllt seinen Zweck wunderbar. Die Maschine hat auch natürlich hier eine Drehzahlverstellung. Okay, was wir gleich feststellen, es ist schon wirklich laut. Ich fange jetzt mal an mit Drehzahlregelung Nummer 3. Okay, und 60er Körnung. Okay, hoch. Das war's. die ist wirklich laut sie nimmt aber auch deutlich mehr material ab die absauge funktioniert so lala wie man das eben kennt von diesen boxen die nur hinten dran klemmen schauen wir mal was innen drin ist also so viel ist in unser behalter gelandet ja und so viel außenrum und auf meinen händen auf meine hose diese dinge funktionieren nicht wirklich wir machen jetzt den gleichen ist dann noch mal mit der angeschlossenen absauge so passt also die nimmt schon was weg sie ist wahnsinnig laut aber es passiert auch wirklich was jetzt testen wir das ganze mit den 180er körnung und diesmal benutzen wir auch das klett papier so okay ja die nimmt ordentlich was weg auf jeden fall es ist wirklich das sieht jetzt natürlich sehr krumm aus das liegt jetzt aber nicht an der maschine sondern es liegt am untergrund also an der alten tür die einfach keine plane fläche mehr ausbildet das waren jetzt 1 2 3 3 4 lackschichten ja relativ schnell abgenommen was wir jetzt sollten hier nicht haben wir können jetzt hier nicht so einfach in pfalze reingehen das ist es würde wiederum funktionieren wenn wir ein schleifpapier hier einklemmen jetzt machen wir noch mal test bei einem pfalz dafür sind nämlich eigentlich diese schwing schleifer auch prädestiniert es geht mit einem exzenterschleifer eben nicht gut mit einem sich drehenden schleifgerät da kann ich einfach nicht so gut hier links die pfalze entlang abschleifen was ein bisschen störend ist bei der maschine sind hier diese klemmen dadurch kann ich nicht wirklich bündig mit meinem schleifteller in einem pfalz arbeiten weil diese klammer steht ein bisschen über über den schleifteller hinaus das heißt wenn ich jetzt hier arbeite dann gibt es daheim deswegen hat die auch so vibriert aber auch hier trotzdem dieser untere teil da ging wirklich deutlich mehr weg als bei der makita davor also insofern kann man sagen sie tut was sie soll nämlich schleifen und doch den großen täler hat man auch nicht so die gefahr dass man leicht verkippelt oder irgendwelche dellen reinschleift in seiner oberfläche das heißt ich Vielen Dank.